Viele Prinzipien, die ich in meinem letzten Video zur Snare-Abnahme schon erklärt habe, sind auch für die Kick gültig. Falls du das noch nicht gesehen hast, schau dir es doch mal hier an. Ich habe es in der Karte verlinkt oder auch in der Videobeschreibung. Zum Beispiel solltest du darauf achten, dass du den möglichst guten Drummer hast, dass dein Schlagzeug ordentlich gestimmt ist, dass die richtigen Trommeln ausgesucht sind und so weiter. Wenn das am Anfang alles stimmt, dann kann bei der Aufnahme viel weniger schief gehen. Und in diesem Video konzentrieren wir uns auf die letzten beiden Faktoren, mit denen du als Audio-Engineer den Klang nochmal formen kannst, nämlich Mikrofonwahl und Mikrofonplatzierung. Es gibt zig Mikrofone auf dieser Welt. Sie klingen alle anders. Und genau das ist ja auch das Ziel von verschiedenen Mikrofonen, unterschiedlich zu klingen. Und welches ist jetzt das Richtige für die Kickdrum? Die ganz klare Antwort heißt, kommt drauf an. Nämlich zum Beispiel auf das Genre oder auf den Klang, den du erreichen möchtest. Und am besten ist es hier natürlich vom Ziel her zu denken. Also zu wissen, wo man hin möchte, welchen Klang möchte man erreichen und dann die Werkzeuge entsprechend einzusetzen. Wie beispielsweise das Mikrofon zu wählen oder die Position zu wählen. Ich spiele dir jetzt drei Mikrofone vor, die ich in der Kick platziert habe und dann hör doch einfach mal, wie unterschiedlich sie klingen. Und immer in meinen Videos gilt, Kopfhörer aufsetzen oder gescheite Lautsprecher anhören, denn sonst kannst du die Nuancen gar nicht wahrnehmen, die in dem Klang vorhanden sind und in den Unterschieden vorhanden sind. Es gibt verschiedene Faktoren, die ich im Sound interessant finde. Zum einen, wie viel Bass in dem Signal vorhanden ist und zum anderen auch, wie viel Anschlagsgeräusch zu hören ist, auch Attack genannt. Und hier können wir kreativ werden. Denn abhängig von dem Musikstil, mit dem wir uns befassen, sind die Klanggewohnheiten, die Erwartungen ganz unterschiedlich. Angefangen vom Jazz zum Beispiel, wo man am liebsten einen Klang hat, der natürlich im Raum auch so vorkommen würde, der sehr natürlich ist, sehr als würde man direkt vor dem Schlagzeug stehen. Bis hin zum Metal, wo man gerne hat, dass einem die Anschlagsgeräusche wie eine Nadel die Trommelfälle zerstechen. Schöner Gedanke. Schauen wir uns doch mal die einzelnen Mikrofone an. Mikrofon A war dieses hier, das AKG D12 VR. Ein sehr modernes Mikrofon, das sogar noch die Möglichkeit hat, hier verschiedene Klangcharakteristika einzustellen. Ich hatte es auf der neutralsten Stellung. Und hier fällt auf, dass es recht umfassend alles hat, was man so gebrauchen kann. Man hat die Mitten der Kickdrum drin, man hat die Bässe der Kickdrum drin, man hat die Anschlagsgeräusche. Es ist eins, das irgendwie alles hat, was man braucht, woraus man noch den Klang formen kann. Ein auch sehr beliebter Kollege ist zum Beispiel das Audix D6. Dieses Klingt sehr viel härter, hat sehr, sehr viel Attack, hat sehr viele Bässe, aber die Mitten, die fehlen stark. Man hat einen bereits sehr, sehr stark geformten Klang. Was ja insofern ganz cool ist, als dass, wenn man genau diesen Klang möchte, man den vielleicht einfach so nehmen kann und gar nicht mehr viel mit einem EQ dran rumschrauben oder sowas. Attackreich und mit viel Bässe, aber die Mitten fehlen. So könnte man dieses Mikrofon wahrscheinlich zusammenfassen. Als drittes habe ich ein Mikrofon verwendet, das überhaupt nicht als Kickdrum-Mikrofon gedacht ist, nämlich das Shure SM57. Warum habe ich es trotzdem benutzt? Weil wahrscheinlich die allermeisten Leute sowas rumfahren haben oder sich es sehr schnell besorgen können, weil wahrscheinlich das zu einem der meistverkauften Mikrofone der Welt gehört. Also der Kumpel um die Ecke oder der Gitarristenfreund, der hat bestimmt so eins rumliegen. Und wie du vielleicht gehört hast, selbst damit kann man einen passablen Kickdrum-Sound hinbekommen. Man muss sicher ein bisschen mehr arbeiten als bei den anderen beiden Mikrofonen, um das letzte Quäntchen rauszuholen. Aber es ist zumindest mal alles da. Wir hören Attack, wir hören Bässe. Wir hören zwar weniger Bässe, deutlich weniger Bässe als beim D6, aber wir haben sie da. Insofern formbar ist der Klang noch. Das war Mikrofon C. Was es übrigens auch noch gibt, sind sogenannte Grenzflächen-Mikrofone. Das sind Mikrofone, die stellt man eigentlich einfach auf den Boden oder in unserem Fall legt man sie direkt in die Kickdrum rein und muss dann nichts weitermachen, außer das Kabel anschließen. Man braucht kein Stativ, das ist der große Vorteil daran. Die meisten Grenzflächen-Mikrofone haben einen sehr schmatzigen, attackreichen Sound. Ein bisschen vergleichbar vielleicht mit dem Audix D6. Kann man auch mal ausprobieren. Übrigens, die ganzen Mikrofone, die ich hier verwende, die verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Da kannst du direkt mehr Informationen darüber bekommen oder sie dort auch kaufen. Wenn du sie dort kaufst, dann unterstützt du mich direkt damit. Vielen Dank, wenn du das tust, weil ich nämlich eine kleine Kommission bekomme für alle Verkäufe, die über meine Links passieren. Dann hören wir doch nochmal rein und diesmal mit der Auflösung, welches Mikrofon welcher Klang ist. Jetzt, da wir wissen, wie sie klingen, die unterschiedlichen Mikrofone, können wir das richtige Mikrofon für unseren entsprechenden Musikstil wählen. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich jetzt ganz selbstverständlich immer die Kickdrum-Mikrofone in die Kickdrum platziert habe. Also davon ausgegangen bin, dass im Resonanzfell, in dem vorderen Fell der Kickdrum, auch ein Loch drin ist. Die allermeisten Kickdrums haben das, aber es gibt auch welche, die haben ein geschlossenes Fell. Und dann kann man zwei Sachen machen. Das eine ist, das Resonanzfell mal abzunehmen, natürlich in Absprache mit dem Drummer, die Grenzfläche reinzulegen und das Kabel durch ein Loch im Kickdrum-Kessel rauszuführen und anzuschließen. Das Resonanzfell wieder drauf und wenn du Glück hast, hast du alles, was du brauchst für deine Aufnahme oder auch deine Live-Situation. Die zweite Möglichkeit ist, einfach ein Loch in das Resonanzfell reinzuschneiden. Das habe ich auch schon das eine oder andere Mal gemacht. Natürlich immer am besten dann, wenn der Drummer gerade nicht schaut. Kein Scherz. Also das mit dem Loch reinschneiden, natürlich aber in Absprache mit dem Drummer. Jetzt, nachdem wir das Mikrofon gewählt und angehört haben, schauen wir doch mal, wo wir es positionieren wollen. Dazu hören wir uns einfach mal drei Positionen an. Das mit dem Loch reinzuschneiden, natürlich in Absprache mit dem Loch reinzuschneiden. Position A war draußen, vor dem Resonanzfell, außerhalb der Kickdrum. Und das klingt tatsächlich ziemlich so, als würde man direkt davor stehen, oder? Genau, das passiert auch mit dem Mikrofon, das steht vor der Kickdrum. Wir haben relativ wenig Attack, wenig Anschlagsgeräusch, wir haben relativ viel von allem anderen drauf. Wir haben ein bisschen einen mittigen Sound, die Bässe fehlen, im Vergleich zum Beispiel zu B. B war eine Position, die ganz weit drinnen in der Kickdrum ist, sehr weit Richtung Schlagfell. Also das Fell, wo der Bieter draufschlägt, wenn der Spieler spielt. Und das ist wahrscheinlich die Position, die am allermeisten Attack hat, wo das Anschlagsgeräusch am stärksten ist. Und ergibt ja auch Sinn, je näher man an dem Anschlag dran ist, desto mehr bekommt man davon mit. Außerdem haben wir hier deutlich mehr Bässe, als bei dem Mikrofon, das vor der Kickdrum steht. Die dritte Position, Position C, ist im Kickdrum-Loch, also ziemlich weit am Resonanzfell zwischen dem äußeren Mikrofon und dem Mikrofon, das weit drin ist. Und daher hat man sozusagen das Beste aus beiden Welten. Wir haben sowohl Anschlagsgeräusch, wir haben aber auch den etwas natürlicheren, ausgewogeneren, mehr formbaren Sound, den wir von vor der Kickdrum gewohnt sind. Insofern haben wir die Möglichkeit, entweder das Mikrofon reinzuschieben für viel Attack und so ordentlich Bässe, es ans Loch zu machen für Attack und ordentlich Bässe, aber einen etwas natürlicheren Sound. Also natürlicher im Sinne von, es ist eher so, als würde man davorstehen. Und dann für den Davorstehklang das, was man möglichst natürlich haben möchte, vor der Kickdrum. Wenn wir es auf unsere Jazz- bis Metal-Schiene schieben wollten, dann könnten wir zum Beispiel sagen, für Jazz ist die passendste Mikrofonierung jetzt von den dreien, die wir haben, vor der Kickdrum. Oder vielleicht noch ins Loch rein, wenn es ein bisschen fester, stärker, weiter nach vorne gehen soll. Für Metal würde ich die Positionierung ganz vorne am Schlagfeld der Kickdrum empfehlen, weil dort hat man am meisten Durchsetzungsvermögen, man hat am meisten Attack und so zwischendrin bewegt sich alles andere. Und wenn wir jetzt das Wissen aus Mikrofonwahl und Mikrofonplatzierung zusammenführen, können wir alle Sounds auf dieser Palette abfrühstücken und uns oder dem Kunden genau gerecht werden mit dem Klang, den wir erreichen wollen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Klang, den wir in der Kick bekommen, überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was wir natürlicherweise hören, wenn wir vor dem Schlagzeug stehen? Das ist genau der Grund, warum ich jedem empfehlen würde, egal ob in der Aufnahme oder in der Live-Situation, die Kickdrum abzunehmen. Denn unsere Abnahme hat viel weniger damit zu tun, es laut machen zu müssen, auch nicht in einem kleinen Raum. Es geht viel mehr um die Klangästhetik, weil wir es gewohnt sind von Radiosongs und von eigentlich allem, was wir so hören, dass wir keine natürlichen Kickdrum-Sounds haben. Wir hören eigentlich immer in die Kickdrum rein und es ist einfach kein natürliches Klangerlebnis, das wir haben, wenn wir vor dem Schlagzeug stehen, wie ich gerade schon erwähnt habe. Und das ist auch die Antwort, die ich fast jedem gebe, der mich in meinen Seminaren fragt, ja, aber unser Raum ist doch so klein, warum brauchen wir denn ein Mikrofon in der Kickdrum? Es geht nicht um die Lautstärke, es wird sicher überall im Raum hörbar sein, das Schlagzeug, aber die Klangästhetik ist eine ganz andere. Deshalb am besten ein Mikrofon in die Kickdrum. Hier noch einmal der Klang der verschiedenen Positionen mit Auflösung. Wenn du ganz mutig bist, dann versuch doch auch mal die Kickdrum mit verschiedenen Mikrofonen oder auch an verschiedenen Positionen zu mikrofonieren. Dabei solltest du aber auf eine Sache ganz arg achten und das ist die Phasenlage. Falls du noch nichts von Phasenlage gehört hast, schau dir wirklich das letzte Video über das Snare-Mikrofonieren mal an, da bin ich mehr in die Tiefe gegangen. Im Grunde ist es so, bei der Kickdrum, wenn ich die Innen- und Außen-Mikrofoniere, dann sind die beiden Mikrofone unterschiedlich weit vom Aufschlagpunkt weg. Das heißt, wenn der Schlagzeuger jetzt hier auf die Kick draufhaut, dann kommt der Schall zuerst am inneren Mikrofon an und dann geht er erst weiter zum äußeren Mikrofon. Und durch diesen Zeitversatz kann es sein, dass die Schallwellen sich negativ überlagern, es zu Auslöschungen kommen. Und das klingt dann so. Und das klingt dann so.